moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute machen wir ein pvp sorry okay und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet hier die arena auf jeden fall hier auf jeden fall schon mal die arena ich bin team rot er ist team blau übrigens mit schnenni mit bäumel 20 okay ich habe schon ein paar sachen vorbereitet also erst mal spawn point und hier sachen wo ich mir direkt mal und ich würde sagen es geht dann einfach los oder let's go oh mein gott ich bin so spitze mit keine echt kleiner feld aber das ist ja geil dann dauert es länger oh mein gott jetzt 5 ja aber das ist halt gut dass man regeneriert weil weil dann dann dauert es länger oh mein gott okay meine freunde die zweite runde die zweite runde geht los jetzt steht 1 zu 0 für schnenni jetzt wird es halt viel schwieriger weil ich jetzt peaceful weil ich jetzt normal mode gemacht habe meine heißen auch weg stick wir stehen jetzt ich habe keinen bock dass jetzt zombies oder sowas hier drin sparen aber das ist dann noch mal extra schwierigkeit aber oh nice man nice okay leute zweite runde geht an mich und ich würde sagen die dritte startet äh gleich ich muss nur kurz tag machen doch ich weiß schon was ich muss nur immer nachdenken bisschen okay weiter geht's warte ich muss schon regenerieren okay weiter geht's oh mein gott 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 ich hab keine branche mehr schade ich auch nicht nein nein okay die vierte runde geht los ähm es steht 2 zu 1 für schnennos und ähm ja ist ganz amüsant gerade warum willst du mich die ganze zeit angeln wieso ist es so p-taktik oh mein gott die vierte runde geht jetzt auch an schnennos äh es steht äh 3 zu 1 für schnennos genau es geht weiter es geht weiter oh wie jetzt bin ich hinter dir ah ich hab's geschafft bruder Leute die nächste runde geht einfach an mich oh mein gott fühl ich ähm es steht jetzt 3 zu 2 für schnennos immer noch aber ich geb mein bestes oh mein gott oh mein gott oh mein gott lass mich kurz render generieren bitte doch ey jetzt packen wir schadens 1 auf mein schwert damit ich mehr schaden mache okay ich jetzt schiebe es mir schnell wie macht man das äh ich hab jetzt 14 level das sollte reichen ich hab jetzt schärfe 1 es ist soweit meine freunde die nächste runde pvp gegen schnennos beginnt in 3 2 3 3 1 und let's go oh stimmt ich hab schadens 1 sport damit für mich einfacher wird oh oh let's go die erste runde geht an mich es steht jetzt 1 zu 0 für mich mal gucken wie lange das noch so ist die nächste runde beginnt in 3 2 2 1 let's go oh mein gott nein 1 1 ey man es lief so gut okay die nächste runde startet in 3 2 1 let's go was willst du mich immer hangeln nein okay es steht 2 zu 1 für schnennos ich weiß nicht wieso der so gut ist im pvp ja aber lass es jetzt erstmal das hier machen ich will dich angeln oh let's go bruder das ding hab ich dir da so nein ey mein netherite helm ist raus geflogen frag dich übrigens nicht wieso jetzt alles so anders aussieht ich hab schnell das texture pack geändert okay es geht weiter und den shader raus gemacht weil mit shader kann man nicht 2 zu 1 2 zu 1 nee 3 nee 3 zu 2 3 zu 2 stimmt ich mach das später noch wenn ich schneide dann finde ich das schon raus Leute das war's von diesem Video ich hoffe euch hat es gefallen es war sehr amusant haut rein bis zum nächsten mal alle alle das ist kuchen vom